Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es die Highlights vom ersten Solo Cash Cup nach zwei Wochen Fortnite-Pause. Es lief auf jeden Fall dafür sehr, sehr gut und gleichzeitig ist auch der letzte Solo Cash Cup tatsächlich in dieser Season. Obwohl die Season ja jetzt um eine Woche verlängert wurde, kommen trotzdem eh mal keine Cash Cups mehr, zumindest sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr. Wir werden die nächsten dann erst wieder in der nächsten Season erwarten, wahrscheinlich dann so ab Woche zwei in der nächsten Season. Und passend dazu haben wir jetzt auch schon Trio Arena drin, da ja in der nächsten Season dann auch die Cash Cups im Trio Format sein werden. Dafür ist jetzt allerdings Duo Arena nicht mehr drin, aber wie gesagt, jetzt haben wir eben halt Trio Arena schon mal drin, damit wir da trainieren können. Ist auf jeden Fall ganz nice. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und es fehlen tatsächlich, glaube ich, auch nur noch 150 Stunden Watchtime, bis ich YouTube-Partner bin. Ich glaube, das können wir tatsächlich vielleicht sogar schon dieses Wochenende schaffen. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Würde mich freuen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Highlights. 43er? 30er? Ah, schade. Okay. Gut. No. ich bin gerade im falsch Also. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie ich den bekommen habe. Oh mein Gott, der Laser. Oh nein. Du machst fett. Ich hab halt den Grappler, der extrem gut ist. Hätte ich den nicht, hätte ich wahrscheinlich weiter gespielt. Oh, es war so ein Free Win eigentlich. Hätte ich einfach... Oh mein Gott. ... noch ein Händchen. ... noch ein Händchen. Nein! Ich habe die Spitzschreibe. Ich habe die Spitzschreibe. Was ist das? 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 Was ist das?